Ja, da hör' das! Oh Mann, Alter, das kann doch nicht sein, ey! Herzlich willkommen zur... Losers League Ja, ist ja so, ey, Alter Das letzte Spiel schon wieder Na, ich kann kotzen, wenn ich mich nicht dran erinnere Ihr müsst unsere Stimmung verstehen Wir nehmen das alles in ein Stück auf Es ist... Unfassbar, unfassbar Immer gegen uns Immer auf die kleinen und immer auf den Kopf Auf die kleinen Dicken, die nicht schwimmen können Ich sag's doch, da hat der Mats Hummels gepfiffen Ihr habt doch gesagt, der Pfeift gegen uns Pff Er war ein anstrengendes Spiel Vor allem Arsenal hat... Also das Spiel war... ...artige Arsenal Unglaub' ich, Zweikampfstärke Sehr anschränkt Was können wir denn? Vor allem dann auch nur zu zehnt, real Jetzt wird's wieder lustig Jetzt wird's wieder lustig Ich bin rot Jetzt geht's grad wieder weiter Aber... Erstmal die... Erstmal die Verwirrung Wer ist jetzt wer? Hm... Ich weiß ja gar nicht Ach der je... Ich bin gespannt, was das wird So, jetzt... Jetzt einmal ein Gegner, der nichts kann zum Aufbauen Das wär eigentlich das Ja Hm... Tiago Hm... Fuck it Das ist ja ein Verletzter Bravo Glaub nicht Also wenn er verletzt wäre, dann wäre jetzt schon gebrochen Oh... Da muss eigentlich mit Wumms kommen, der Dunkel Oh Gott, was... Ja, scheiße Der ist ein Haus, der ist ein Haus Also ich hab jetzt zur letzten... Der Unterschied zur letzten Folge ist, ich hab mein Fenster offen Das heißt... Du... Ansonsten hat sich nichts geändert Man hört Autos und ich kühl ein bisschen runter Ich hoffe auch, dass meine Emotionen wirklich abkühlen Tum... Komm Vorhin war schon wieder fast so weit, ne Ja, also... Gott, ich hab so... So viele Tore schon, dass solche Kackbälle bekommen, ne Boah, Neuerl, stark Mach ich raus! Oh Gott, danke, ey Komm, wir haben jetzt so gut angefangen Die ersten Aktionen kamen gut von uns Wir müssen das jetzt irgendwie wieder in den Griff kriegen Mhm Ja, genau so, das ist fällig Ja, genau so, ne Genau so Quass Zergo ist nicht so schnell, aber hat eine gute Ballkontrolle Und dann geht's raus auf Ribery Mach ihn Ribery ein... Oh boah Oh ne, ey Gott, die Döme Ich hätte nicht vorbeidrehen sollen, aber Das weiß man nicht immerhin immer erst hinterher Ich bin gespannt, die Studie Ja, also kommentiert ist manchmal schon ein bisschen anstrengend, muss man ja wie sagen Ja, wir sind auch klar im Nachteil Also ich bin dafür, dass wir am Ende, dass wir so 20 Bonuspunkte bekommen Oh, mit Schweine Der ist ein Einsteiger Ja, der kann einfach nix Der kann einfach nix Der kann bei dir nix Ja, ich greff mit Schweine Nix Ja, ich greff mit Schweine Wird das... Oh, Silur hat einfach mal stimmen Ist nicht... Ist nicht meine Abteilung Ja, genau Der gehört nicht zu mir Oh, Dante Oh, Kass Oh, Mann, ey Ist das aufgepasst? Nein, nicht bin ich Das ist das gar nicht bin ich Nee, 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 nee Ah, den hat er Na, haben wir sogar... Na, haben wir nicht ganz safe Schön Nein, nein, nein Oh, gut Alter, das gibt's doch nicht Weil der Kürze so wenig Gewicht hat Oh, oh Ganz vorsichtig jetzt Echt gemäte Na, boah, läuft hinterher Boah Da war ein bisschen weit Ja Ja, gut, also Da hab ich nicht mehr regulieren können Ich meine nicht dich, ich hab den Schuss zu dir gemeint Also, unreal Ja, da ist die Lücke Oh, da ist die Lücke Oh, da ist die Lücke Nein, ich wollte... Oh, ich hab grad passen gedrückt Halt, das müsste ich da tun Okay, schön Boah Das ist meine Mitte gewinnen Oh, ich hab keinen... Ich komm mit keinem hinterher Das ist nicht gut Gott Oh, oh Na, jetzt, fasst euch mal Das ist schon zum zweiten Mal, dass der nicht passt Boah Ganten derfen aus Stahlheel Also, das macht's bitte wenn ich noch mal Das war eigentlich auch gar nicht so gut mehr Das war so gut gegen Lahm Ja, immer auf die Kleinen, wir hatten Gott Allein dicken, die nicht schwimmen können Ja, gut Lahm kann, glaub ich, schwimmen Lahm So dick ist er jetzt nicht Jawohl Jawohl Robin, Robin Oh Ein Brick vom Raum Und Elfmeter Ach, du Scheiße, echt Elfmeter, rote Karte Schuss Oh, boah Oh, 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 oh Oh, oh, oh Erinnere mich ein bisschen an den Schuss von Rooney von dir Weißt du noch dein Tor von Rooney? Ha, ha, ha Ah, war das schön Sonst bräuchte ich nicht So, wo haben wir den Robben? Hm, gar nicht Ich muss sagen, Robben ist in FIFA irgendwie stärker als Ribéry Ja Oh nein Auch wenn Ribéry die bessere Wertung hat Robben ist vom Spiel her eigentlich stärker Gattes Ja, nehm ihn doch Warte, 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 ja Jetzt, jetzt, ja Oh nein Oh, oh, oh Oh, oh, oh Shit, ey Was? Ja, würde ich auch mal auch sagen Würde ich auch mal auch sagen Würde ich auch mal auch sagen Oh nein Ah Dann mach ich direkt, oder? Ach, ich sag dir, du hast ja diese Unterteilung in vier Bereiche Ne? Du hast ja, diese Unterteilung in vier Bereiche unten bei der Schussstärke Ne? Mach 1,5 ungefähr Hä? Mach 1,5 Balken Du hast ja vier Balken unten bei der Schussstärke Übermacht Sehe ich aber jetzt noch nicht Soll ich ihn andrehen oder nicht? Äh, ja, mach Ja, drehen an Nach unten ungefähr So ein bisschen Ja genau so, das passt Ja gut, das war jetzt die falsche Richtung vielleicht Masukic! Das waren aber auf jeden Fall 1,5 Balken Ja, war gut Das war gut Ja! Aber die verdiente Führung Die verdiente Führung Schauen wir uns mal an Der Freistoß Skeptisch Der Freistoß, der muss noch Ja Der Freistoß muss noch mal ein bisschen Äh Getrappelt Dass ich schießen darf? Ja, hatte ich auch eigentlich gehofft Weil ich bin kein Freistoßschützer Ja, der, den habe ich mir selber vollgelegt Das schwimmt Das schwimmt Das schwimmt mir da nicht wieder 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 Das schwimmt mir Das schwimmt mir So Ich habe keinen Spieler Mhm Getra Ja Toll, Schweini Danke, dass du ein Bein hinstell Oh! Ja, geht sehr gut Ich renn Wenn er nicht rennt Nee, eher so Ach so Jawohl So ist die Gefahr recht groß Dass du den Gegner rennst Ja, stimmt Gott Boah, der war knapp Oh, klar Könnt mal mal ein Zugkitz schlägen Ich spiel zum Tor, oder? Ah, fuck Das war die falsche Taste Sorry Das war wirklich die falsche Taste Das war die falsche Taste Nein, Alter Alter, nee Scheiße Ich hab Passen gedrückt anstatt Schießen Ich hab Passen gedrückt anstatt Schießen Mein Gottes Was wird sie auch, der Neuer so komisch? Oh, uh, ach, Gott Was ist das denn? Was ist das? Nein Oh, verlass Jawohl, ach, Scheiße Halbzeit 1 1 Fuck Fuck Ja, beim nächsten Mal schlag ich ihn einfach gleich wieder rechts. 12 zu 4 Schuss hier, ne? Das müssen wir gewinnen, das hilft nix. Wenn wir das nicht verlieren, dann hab ich vielleicht keine Controller mehr. Ich hab schon gedacht, der passt nicht. Nein! Oh, schön. Warte, also ich hab immer... Lauf mal, lauf mal liegen mir. Achso, ach ich bin ja rot. Nein, scheiße! Was hast du denn da, ins Vor? Ja, einmal nach rechts antäuschen und dann links rennen. Achso. Aber irgendwie hat Ribery dann die Kurve nicht so gekriegt. Ach, Mist. Oh. 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 Oh, der war stark. Und jetzt, was macht mein Spieler, da geh halt weiter weg, jetzt aus der Schussbahn raus. Das schon, glaub ich. Ich wollte eigentlich auch nach Benzin, aber... ... ... ... ... ... Das war nicht so clever. Flo ist wieder weg. Ich hoffe, bei dem ist das Internet. Nein, ich bin da. Ey, Flo ist... Flo, verdammte Scheiße. Ja, äh, grad... Nee, grad warst du kurz weg. Ich weiß. Aber nicht mit dem Internet. Okay. Ich hab nämlich weiterspielen können. Ja, ich weiß. Das ist so geil. Torwart! Nee, 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 oh, ho, ho, ho. Wieso kommt dir der Tor nicht raus, wenn ich drück? Müssen wir beide drücken, oder was? Ich weiß es nicht. Oh. Soll es uns also wieder so ziehen, ne? Der Ding, der... Oh. Hm. Ja, schönen Freistoß. Ich würde sagen, wir lassen es. Oh, Entschuldigung. Bitte. Na, kannst du das? Ja, schieße ich jetzt nicht noch mal. Nee, direkt schießen brauchst du nicht. Mann. Ja, wo ist sie? Nein. Ah, Mann. Ecke, ecke. Ich hab'n Mann, Zucki... Ich hab'n Mann, Zucki... Ich hab'n Mann, Zucki... Hm, vor allem jetzt, jetzt ist es diese Scheiß-Konto-Möglichkeit, stimmt. Das ist voll behindert, ne? Scheißdreck. Voll verschätzt. Ja, Boat-Teng, braucht doch noch länger. Wieso hab' ich eigentlich kein Spiel, verdammt? Was denn Spieler? Ja, jetzt was? Ach, Quatsch, ich hatte die ganze Zeit, also vor allem keinen in der Mitte. Ich mein', was soll ich mit dem Spieler da außen an der Seite? Ach, du Scheiß, Zeru. Boah. Ja, lieber weghauen, als dass jetzt auch noch was passiert. Ich kenne FIFA. Ich mein', der haut sich den selber rein. Oh, nein. Das ist unglaublich, ich kann echt irgendwie nicht so viel. Ja, der hat eine gute Ballbehandlung, aber irgendwie ist das... Ach, Scheiße, das ist... Ich muss jetzt gleich mal unbedingt wechseln. Ja. Boah. Keeper! Nein, nix, Keeper. Der hätt' Keeper auch getan. Aber schon mal. Kommt ja auch, Quatsch. Wie machst du? Na, Scheißdreck macht der, Alter. Nein! Schießt! Oder irgendwas? Ja, wo? Boah! Voll, jetzt wechseln wir mal kurz. Naja, wir können nicht. Ja, ja. Die anderen haben ja bald. Ja, der hat den doch rausgegeben. Ach, so, ja, stimmt. Stimmt, ja. Ja, fünfmal brauchen wir uns, das sind ja schon. Oh. So. Also, wir machen Thiago raus. Ach, ich kann ja gar nicht wechseln. Also, wir machen Thiago raus und Shakiri rein. Okay. Und was machen wir noch? Vielleicht? Statt ein Götz der Müller? Ein Götz der Müller, ja. Mhm. Ich würde mal sagen, statt Schweinsteiger mal Martinez. Okay, das ist auch gut. Damit wir hinten noch eine Basis haben. Gut. Also, ich wäre fertig. Ich auch. Die Herren scheinen aber nicht. Alter, meine Elgato hängt die ganze Zeit so hinterher. Ich bin gespannt, ob sich das im Video auswirkt. Ich hoffe nicht. Ja, dass sie die Spur verzorgen ist. Ja, das ist jetzt schon bei zwei oder drei von Folgen. Ja. So, ich ziehe dir mal nah aufs Tor. Da ist Martinez. Oh, das gibt's doch nicht. Weißt du, wir haben aber auch ein Pech, ne? Shakiri? Jawohl, Shakiri, ja. Nein, nicht ein Beispiel. Das ist doch leckerlich, oder? Ja, ja, ja. Das kann doch nicht sein, ey. Was ist denn das für ein Kack? Mann. Ich, ich, ich... Nein, das ist ja auch nicht. Das geht der Wichs voll an den Latte. Was war das denn? Das war ein Dreck. Geist, dick. Mann, das ist doch... Ah, das ist das was... Das ist das... Ah, Gott, ey. Immer wieder, immer wieder. Ja, ich kann schon mal versuchen, einen Robben zu foulen. Das gibt's doch nicht. Der faule aber zurück. Okay, ja. Der Eindruck ist richtig nice jetzt. Hätten wir auch Eckball machen können. Oder ging ja in der... In der Position des... Ich lauf nochmal nach Schöne. Oh, Gott. Oh, ich hab doch mal einen Südpitsch. Nein. Oh, oh. In der Mitte. Nein. Was ist? Freistoß für uns, Freistoß für uns. Warum? Warum? Ich glaube, der war ein bisschen weit. Ich hätte doch Raum, Tor, nicht wahr? Hallo, Elfmeter! Ja! Mit dem Ohr! Ja! Ja! Keine Ahnung, wie, aber scheißegal. Ja, aber komm, wir hätten da vorne... Ich hätte da vorne mit dem Rivalentau getroffen. Alter. Was war das denn? Was? Da hat sich Cassius erst mal schön über Borteng drüber. Das war doch ein Eigentum. Das war Sergio Ramos. Das war Sergio Ramos. Oh, Gott. Oh, Gott. Ja, fast, genau. Ich bin mal dafür, dass sie für schnell ist, auch sehr defensiv. Das geht aber auch oft in die Hose, Leute. Das ist mir scheißegal. Wie will das denn jetzt halten? Ja, ich weiß, aber... Ja. Sehr defensiv, das passt schon. Jetzt, hier, dann... Oh, Gott, Mann, so Pitsch. Ja, das war... Ne, was nicht. Das war faul. Oh, nein, nein, das ist unsere Scheiße. Aber das ist unsere. Geh du hin. Nimm ihn durch, ich hab ihn sicher. Ja, ja. Ja, Mann, Mann, mein Schatz. Jetzt müssen Sie nicht lachen. Ich spiel die Ecke nochmal. Aber das ist nicht so gut. Es gibt nochmal gelb. Ja, ah, nee. Komm mal mit dem zweiten Spieler her, wir machen das ruhig. Wir spielen das jetzt in der Ecke aus. Wie es Bayern macht. Kommt. Freistoß. Hä? Ja, weil er hat gefoult. Okay. Wird ein bisschen weit sein. Oh, mach Flanke rein. Äh, ja. Hätte ich gerne gemacht. Lock da einfach mal Müller weg. Nein. Ja, ich habe ja meinen Wurf. Habe Zeit. Der lässt die Uhr runterlaufen, ne? Während du wieder stehst. Ja, ich weiß. Und das ist auch Reberi rein. Ach, du scheiße, der war. Nein, Schakir. Ach Gott, das war ja alles. Das ist absatz. Ganz minimal. Der stand hinten. Der stand sogar hinten. Er sieht es. Ja, ja. Ganz minimal absatz. Jawohl. Komm, den musst du jetzt machen. Das gibt's doch nicht. Kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Das ist schrissig. Ich hab schon gewonnen. Ja, Dante. Du warst es. Du warst es. Aber wir haben gewonnen. Alles gut. Alles gut. Und ich bin fast sicher, es hat Ihnen genauso Spaß gemacht wie mir. War ein schweres Spiel. Aber es gibt mir jetzt Motivation. Ja, mir auch. Wiedersehen bis die Tage. Heute Nacht ist es viel für die Schüssen. Also wir hatten 15 Schüsse aufs Tor. Wir müssen echt an unserer Präzision arbeiten. Was heißt, wir müssen an unserer Präzision arbeiten? Wir müssen ein bisschen mehr Glück haben. Wenn Martinus das Ding reinmacht. Und damit ist der Liga-Verbleib schon gesichert. Kann uns schon nichts mehr schief gehen. Wie nie in Liga 4. Ja, eben. Unser Mindestziel ist eigentlich schon erreicht. Ja, genau. Jetzt können wir völlig ohne Druck spielen. Ja, klar. Ey, wir haben hier Road to Glory. Ja, ich weiß schon. Nicht Liga 4. Ja, ja. Ja, doch. Naja. Puh. Okay. Alter. Naja. Aufregendes Spiel. Spannendes Spiel. Ja, und wenn ihr weiter ein solches Spiel sehen wollt, dann... Mit Emotionen und Herz. Ja. Und vielleicht auch mal einen Controller fliegen hören wollt. Scheißpick. Dann macht einen Daumen nach oben. Mensch, man, wir sind nicht solche Leute. Nee, ich meine, schaut einfach beim nächsten Video wieder zu. Das ist langfällig. Genau. Dann sagen wir jetzt Tschüss. Tschüss.